Gibt Jetskirr und Zinnober ein und schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr von uns genannt werden wollt. Wir zocken mit euch. Das sind zwei Sekunden. Ja Leute, she's your back. Ein neues Video auf diesem Kanal. Und heute drehen ich und Niki das Video. Wer mehr Kills in seiner Stadt macht. Das haben wir schon einmal gedreht, damals in der Stark Season. Und ihr habt das so gefeiert. Fast 300.000 Aufrufe. Wie gesagt, ich und Niki werden in Solo-Ranked reingehen und eine Stunde Zeit haben, so viele Kills zu machen in seiner Stadt wie möglich. Es sind ja zwei neue Orte auf der Karte erschienen. Einmal die... Ist Mayonnaise auch ein... Maum. Mount Olympus und einmal The Underground bedeutet... Einer von uns wird nur bei The Underground landen und der andere nur bei Mount Olympus. Und wir werden gucken, wer mehr Kills in einer Stunde machen kann in der neuen Season. Wenn euch das Video gefällt, Freunde, lasst ein Like, da abonniert doch gerne den Kanal. Vergesst du Kördergott Zinnober nicht. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Tausend weiter gehen wieder raus an eine Person, die mir im Insta ein Video-Abbild schickt, wie ihr es mit Kördergott Zinnober kauft. Check Nikis Kanal ab. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Aber bevor wir reingehen, Freunde, losen wir aus, wer in welcher Stadt landet. Freunde, wie wir jetzt sehen können, ich und Niki sind in der Lobby. Beide sind ungefähr Diamant 2. Aber eine ganz wichtige Frage ist, in welcher Stadt landet, Niki, in welcher Stadt landet ich? Ich würde sagen, wir haben irgendwie, wie die App Schuza bedeutet. Wir beide machen unsere Finger in gleich drauf. Und der, der zuletzt drauf bleibt, in welcher Stadt landet. Ich würde sagen, wir nehmen Mount Olympus und Broadstar City. Ist halt so wichtig, denn es geht um Kills. Bedeutet, wer mehr Kills macht, gewinnt diese Challenge. Legt dein Finger drauf, Niki drauf und go. Bruder, du hast immer Glück. Aber die Mädchen Pump ist in the Grim, Niki. Das war ein guter Punkt für mich. Lass gar nicht viel labern. Ich würde sagen, ich stelle jetzt einen Timer für eine Stunde. Ich würde sagen, wir drücken auf gleichzeitig. 3, 2, 1, go. Eine Stunde, siehst du hier oben, läuft ab jetzt. Meine Wecker sind auch noch zu sehen. Und die Person, die richtig errät, wie viele Kills ich mache und wie viele Kills Niki macht, bekommt 1000 V-Bucks, wie immer. Also, schreibt uns mal in die Kommentare, guckt das Video bis zum Ende. Wie erlegt's? Hä? Nein, sagt nicht, wir kommen in die gleiche Lobby. Ich glaube, wir kommen in die gleiche Lobby. Und wenn ihr mehr von diesen Challenges sehen wollt, wo ich und Niki in Solo-Rank reingehen, dann lasst euch doch gerne den Kanal, Bro. Und jeder von uns hat auch ein Getränk. Bedeutet, für die eine Stunde hat jeder ein Getränk. Niki hat eine chinesische Fanta... Ja, was ist das? Wassermelonen, oder? Und ich habe chinesischen Apfel. Wir probieren jetzt einfach mal. Oh, mein Schlinger, saurer Pistel. Und wir sind in der gleichen Lobby. Es ist einfach gewollt. Komm hier zum Bus. Der Bus, hier kommt zum Bus, kommt zum Bus, kommt zum Bus, kommt zu. Fünf Sekunden, vier Sekunden. Ich sehe den Spritten, ich sehe den Spritten. Aber wie willst du losgehen? Du wirst losgehen bei mir. Aber Niki, wir sehen uns gleich wieder. Ich lande jetzt draußen aus dem Bus. Jalla, raus mit dir, Habibi. Guckt, Goats in Lobo. Goats in Lobo, ich sehe ihn da unten. Einfach Botte meiner Lobby. Auf welcher Stadt lande ich jetzt? The Grimm oder Underworld? Ich glaube, ich die The Grimm. Mond ist eklig. Ja, Waffe bekommen. Zum ersten Mal Waffe bekommen. Oh, mein Gott. Ja, der Kinn war so lecker, Mann. Abgestaubt wie sonst was. Bruder, wo bist du? Du bist irgendwo in den Wolken. Und da direkt ist ein Gegner unter dir. Oh, mein Gott, der rennt so weg von dir, ne? Bruder, sein Aim rennt auch vor dir weg. Ja, der war der besten Peg. Es ist so geistig. Ich würde mir einmal diese Truhe. Ach, Digga. Das macht mich nicht nur schlecht. Doch, einer kommt. Äh, bitte, mein Kill. Mein Kill, nein! Ich werde gedoubelt. Die Team oder so. Du Fotze. Ich muss weiter, ich muss weiter. Ich habe nichts, Bruder. Kann das sein, dass ich nichts habe, Michi? Du andere F***e! Hast du beide? Ja. Oh, er hat mir die goldene... Oh, der hat mich jetzt gar mitgewascht. Boah! Ich habe den Kill nicht bekommen. Ich habe den Kill nicht bekommen. Nein, das hätte ich doch sein müssen. Nein! Blitz, mach deinen Blitz! 105, nein! Ach, der kleine Bastard. Der ist ja. Das ist so crazy, ne? Dieses Herr war so laggy am Anfang. Machen wir feste. Oh, oh! Guck mal, wenn man einmal fallet, direkt alle kommen, wie hierhin da angelaufen. Aber er weiß nicht, dass seine Wand ist. Oh, muss ja. Er ist los. Hä? Der Pampa drauf! 105? Nein, wie viel 105 habe ich jetzt gegeben? Hab ihn. Auf dem Zug, auf dem Zug. Ich weiß, was ich mache nicht. Ich habe 20 Met. Ich bin auf dem Zug. Er ist so hinterm Stein am Kleppen. Oh, nein! Voll da komische Leute heute in der Logi irgendwie. Okay, der hat mir bewiesen. Der hat es mir bewiesen, Bruder. Der hat richtig Angst vor dem. Man merkt das. Der läuft nur weg. Er denkt, er wäre schlau mit seinen Edit. Bruder, du hast einen Edit auf dem, Bruder. Das ist ein Ping hat er. Okay, sein Ping hilft ihm aber nicht. Sein Ping hilft ihm nicht. Der Ping hilft dir nicht. Das ist ehrlich gesagt, irgendwas Leute für einen Ping haben. Boah, sechs Löcher. Also bis jetzt wird er nicht die Challenge gewinnen. Da unten. Ah, knapp. Der war knapp. Wart alles nach? Ah, Digga, du. Bruder, ist der hässlich. Guck mal, wer er campt. Guck mal, wer er campt. Er denkt, man sieht ihn nicht. Ich muss den Loot-Topf auch gleich holen. Erstmal das Metall-Normensch für den Loot-Topf. Ey, Zugfahrer, fahren wir ein bisschen langsam nach vorne. Gib mir diesen guten Drop, Digga. Gib ihn mir. Hey, Mann, Lidia-Pump brauch ich schon. Mehr brauch ich nicht. Ja, natürlich. Du hast die. Du hast die. Natürlich brauchst du. Ab dem nächsten. Bruder, ich bin von der Grimm bis jetzt hier gefahren. Ich bin einfach schwarz gefahren. Ich hab kein Zugticket. Oh, Mann. Ja, Mann, er sieht mich. Ey, Bruder, was passt? Er 20 Leben, Digga. Noch ein, okay. Ich bin gerade mehr in der Lobby als im Game. Oh, blau, witzig. Er guckt nicht hinter sich. Er hat keine Mets mehr. Er wollte den Tectric machen. Einfach rein. Er hat keine Mets mehr, ne? Bruder, hat der noch gut Mets ist noch der. Ja, dann war Puschel. Bruder, was sollst du sonst machen? Wenn da drin einer ist, ne? Man darf, ja, ist keiner drin. Ich hab nur Blitze. Zurück. Wo sind die? Ich hab ihn so weggemacht. Bruder, ich hab Angst. Feiltet euch, feiltet euch, feiltet euch. In der Luft. 170 Meter. Grinch-er-Fan. Komm runter, komm runter, trau dich. Digga, hier kommt sein Lugger runter. Einer mit Auto holt sich hinein. Piss dich, Junge. Piss dich, Junge. Er hat mich doch gestoppt. Hey, ist das denn die Typ? Geil. Boah. Ich hab den Kill nicht bekommen. Ich hab den Kill nicht bekommen. Kletter. Ey, er hackt oder so. Er hat auch gerade einen aus der Luft gesnackt. Und mich jetzt auch wieder. Ich glaub, ich will gegen den Hacker oder so. Boah. Und Hacker gefickt. Ich weiß was. Du lebst noch? Ja, Bruder, bis jetzt wirst du so hoch. Pass auf die Bücher auf. Ich weiß sie sagen. Oh mein Gott, 118. Was? Ist das gestimmt? Ja, ich weiß. Hier war ein Zepfen. Ich wusste jetzt eigentlich nicht. Nice, ich hab alles wieder. Er kriegt den Loot, doch. Ja, Bruder, was für ein Hut krieg ich. Was für ein Hut krieg ich. Es ist so geisteskrank. Wegen Blitz, wegen Blitz. Danke, Frau Codius. Ey, dance auf mich, ey, dance auf mich. Der vierte Dance in der Roßhaut. Da auch ein bisschen Pisse. Das ist widerlich. Dann mach du sein ganz. Letzte über dir. Aber wer ist das? Ist das der Typ von gerade? 100 Metz? Mach vielleicht ein Apoi. 70 Metz? Spring unter mit dem Denk. Spring unter, spring unter. Das 50 Metz. Vielleicht kein Metz mehr. Guck über dir. Das einen toten Kopf noch. Jesus, ruten. Und? Ach, man kriegt ja keinen Fallschaden. Du hast 10 Metz. 10 Metz. Oh mein Gott, du gewinnst es auch noch mit 0 Metz genau. Du hast genau 0 Metz. Wie du gewinnst? Oder du hast ein fettes O geaktiviert. 10 Kilometer. Ja, tja doch. Wie schmeckt eigentlich deine Fanta? Ich halt so. Ich bin tot. Oh mein Gott, wie gewinne ich das noch? Oh mein Gott, wie viel Leben war hier? Er macht Zeugs, irgendeiner. Oh Mann, ich bin tot. Ich bin tot, Digga. Ja, Digga. Ich bin auch tot. Nein! Bruder, bitte. Ich habe einen Sniper, Bruder. Einen Sniper. Das ist wirklich ein schlechtes Gegner. Oh mein Gott! Ich hatte kompetent mit der Sniper. Ich war so kompetent. Oh mein Gott, wollte er dich abcampen. Oh mein Gott, ist das in die Hose gegangen. Das war nicht das einzige, was in seine Hose reingegangen ist. Der nächste. Das nächste Opfer. Das nächste Opfer. Ja, okay. Nee, ich habe es verstanden. Ich kann es auch. Ich will es halt nicht machen. Ich könnte auch so einen Edd-Pakon machen, aber wofür braucht man nicht? Ja, oh mein Gott, was? Du hast keine Mets mehr. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht! Brauche ich nicht! Ey, dann kommt ein Loot Drop. Oh mein Gott, ich kann ein Loot Drop anfordern. So wichtig. Ich mache es hier. Drei Kills. Hab einen Loot Drop. Hör mir den Bot. Gute Mets. Nein, ich hatte so Arsch. Ich habe dieses Arsch gezogen. Großen Schwanek. Wo ist der Loot Drop? Oh mein Gott, 300 Meter. Soll ich dafür gehen einfach? Nee, ich hör mir den Bot erstmal. Ich hab das so S meine, ne? Meine ist so geil, ne? Ich kann so geile rumfliegen mit dem Teil. Nee, ich habe eine Scheiße gezogen. Verpisst euch! Ich kann so geil hier rumspringen. Boah, was? Na, Bruder, geh nicht gegen Niki in Sniper, du. Du wirst ganz schlecht in der Lobby sein. Oh mein Gott, Riesener wird geschützt. Ey, Mann, wie soll jeder auf mich? Das wäre so geil, das war. Mann, es ist so, ich hör, ich fick die gerade alle, ne? Aber alle gehen auf mich. Ja, Bruder, die gehen immer auf den Besten. Das ist normal. Hab ihn auf... Er hat meinen Loot Drop geklaut. Oh mein Gott, das ist der von gerade, oder? Dreh, dreh! Komm her, Junge, komm her, mein Auto ist so viel schneller als deins. Ey, das ist geil. Oh mein Gott, auf jeden Fall geschossen. Ich krieg nur Akars. Er macht Zeus. Das war dumm von dir, Bruder, das war dumm von dir. Hab ihn! Oh mein Gott, war das dumm von ihm. Er hat alle Medaillchen! Von Zeus. Er hat alles. Deswegen spiel kein Zeus, Brody. Ich renne erst mal aus der Stadt weg. Ich hab jedes Movement, ne, jedes. Guck mal, oh mein Gott, wie ich fliegen kann. Ja, okay, Bruder! Okay, ich bin doch gar nix. Ich bin gar nix. Nein! Ach, Bruder, er hat den besten Ping und holt mich. Ich versteh's nicht. Ich war so gut eigentlich. Ja, das erste Mal. Bruder, piss dich einfach. Einfach mal dich pissen. Ja, das erste Mal, dass du meine Waffe bekommst. Der ein Auto. Er hat mich, glaub ich, nicht gesehen. Nee, er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott! Warum ist das Dachen weg? Nein, Bruder, er kämpft mich ab! Nein, er kämpft mich ab, Bruder! Wie eklisch kann man sagen! Ja, okay. Komm, 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 komm. Trau dich rein, trau dich rein. Ich bin hier, ich bin hier. Okay. Trau dich rein! Trau dich rein, Bro! Broski, trau dich rein! Nee, ich hör nichts. Oh mein Gott, ich geb ihn 40er. Oh mein Gott, wie der Beste! Nein, noch einer. Ja, 40er. 90er. Ich bin so gut, ich bin so gut, Bruder. Bro, ruhe kurz, heil! Kurz runterkommen! Ist da jemand drin? Ah, das ist der Tresor! Pass auf, die Crones auf! Bruder, wenn in der Crone nicht einer ist, ich hab sie gecallt, Bruder. Ich bin einfach King bei sowas. Jetzt brauche ich noch den besten Drop, dann hab ich sie. Oh, das ist die beste Truhe. Aber im Drop kriege ich, Bro. Oh mein Gott, wo ist die schrucken? Ganz schnell, Mad Kid. Wo ist der, dass ich... Ich komme! Oh, so wichtig! Und ne 5er-Barm, ich hab ne 5er-Barm. Weil die 3er-Barm, muss ich ehrlich sagen, bockt sich nicht so. Die ist echt eklig, weil so schnell alles leer ist. Ey, wenn ihr runtergeschossen habt, vorbei in dieser Season, ne? Es gibt kein Grab, der euch mal rettet. Ne? Oh mein Gott. Bro, er hat dir einfach Free-Kill gegönnt. Oh. Nimmst der Pi nicht mehr mit, diese Season? Oh, ich hab ne Mütchen. Oh mein Gott, man hat's so gesehen! Er wird's auch gepulscht. Er war so schnell bei mir. Digga! Das Rücken mir fehlt's. Er wird so dein Ass, ne? Ah, der beste Ding. Er wird so ein saftiges Stück davon. Okay. Das kriegst du jetzt die andere Frage. Was macht der Bruder? Ich glaub, der schläft noch. Der muss erst mal aufwachen, ist grad hochgefahren. Oh mein Gott, der ist grad hochgefahren! Der hat ne goldene Pump, Niki, ne? Aber ich will grad irgendwo meine Blumen. Ja. Und Freunde, schreib dir jetzt mal in die Kommentare, welche Pump findet ihr besser? Ich muss sagen, neue Pump. Liebe für mich. Das ist die beste Pump, findest. Ey, warte hier, fließe. Bitte. Aber Tag ist auch nicht so gesteckt. Noch einer Internet. Der Bruder macht einfach Flügel in Box. Was hat der jetzt hier gedacht? Anderer? Oh mein Gott. Ganz schnell! Hä? Haben deine Gegner heute Internetprobleme oder was? Bruder, er war so confident da reingegangen und hat in zwei Sekunden einen auf die Fresse bekommen. Mein Internet, Niki! Nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott! Bruder, einer scannt die ganze Zeit die Umgebung. Ich versteh's nicht. Er hat irgendwas. Er scannt... Ach, er hat nen Bot, der alles scannen kann. Das ist so crazy, ne? Ich hab' keinen Bock mehr, Zeus. Das ist die größte Scheißwaffe. Schöner? Ach, hier kann man nirgends so bauen. Oh mein Gott, Niki! Ich hab' so ihn gewandert! Ich will das eben sehen, ne? Gepieß? Geschüttet? Ich gewinn die Runde? Der Wandert ist selber fünf Füße. Der kann fünf Füße haben. Oh mein Gott, ich geh da hin. Ich geh da so hin. Er ist tot. Er ist tot. Gewinne ich das 1 gegen 1? Hä? Was? Was? Oder war er hier unten? Ach, win is win? Ich will mich gar nicht beschweren. 6 Kilometer. Ich will mich gar nicht beschweren, Bruder. So ein wichtiger Sieg. Nach einer halben Stunde. Endlich haben wir's. Nach einer halben Stunde. Wir beide jetzt nirgends. Niki führt ein bisschen. Mit wieviel Kills? Wie viel los ist die ins Geld? Fast 20. Fast 20. Ich bin doch bei 15 damit in dem Moment. Wie gern würde ich einmal bei Mount Olympus landen? Aber natürlich darf ich's nicht. Wir haben noch 25 Minuten, wir beide. Ah! Oh mein Gott. Wer denkt, dass er sich gepiest hat oder so? Und die server, Bruder. Ah, das ist ja einfach nur geistklang. Sicher. Hä? Was hat der geraucht? Was hat der geraucht? Hahaha! Der ist ehrlich, was er geraucht, Mann. Der hat die Wände einmal nicht gesehen. Er hat die Wände gesnifft, Junge. 1 und 2. Ich hab ihn als Kill bekommen. Digga, er zieht nicht durch, oder? Der Bruder hat gesehen, wie du die geballert hast und zieht einmal durch. 40 Schaden macht's heute noch. 30. Digga. Bro, Digga, mach mir keine Angst. Du hast keine Metz. Oh mein Gott, du bist so tot. Ja, werf weiter, werf weiter, werf weiter. Was soll ich da werfen, Digga? Bist du laggy, Bruder? Die Server sind echt S, diese Season. Ja, Digga, er muss gar nichts kriegen. Ich muss eine kriegen. Ja! Ah! Aha. Abbrauch, 100 Metz. Ich spiele so gegen mich, ne? Bleib drin, bleib drin. Oh mein Gott. Gib das Metz. Geh zurück, gib das Metz. Geh ne. Geh ne. Oh mein Gott, der ist er. Oh! Geh weiter. Aber will ich spielen, bitte. Ja, hier und jetzt rennst du weg zu deiner Mutter, okay? Einen Metz hast du. Einer, ne? Null. Oh mein Gott, der stirbt auch noch, Bruder. Ah, du wirst die Runde geboren. Geh zu ne Klazer. Geh zu ne Klazer. Der Shot-Sign wär so geil, ne? Okay. Boah, ich hab nen guten Block. Ich hab nen guten Block. Geh zu ne Klazer. Der Bruder will so rein, ne? In zwei! Was mach ich jetzt? Was mach ich hier grad? Du hast kein Visier auf deine Sniper, das bist neblich. Oh mein Gott, Bruder, was ist das für ein Bot. Oh mein Gott. Ah, Bruder, aber Bot ist grauens. Oh mein Gott, ich wollte von ihm kommen, ihn zu einem erst mal nicht. Ist weg, Bruder. Der Tollwirks. Ja, so klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du ihn? Ich hol mein Leben an. Du wolltest ein Leben. Ach, Digga. Ich geh mal weg hier, guckt nicht. Oh mein Gott. Also wenn wir beide nochmal sterben sollten, können wir schnell noch in eine Runde rein. Aber danach ist vorbei. Bis jetzt führt Niki, glaub ich, mit drei, vier Kills insgesamt. Der ist hier so. Oh mein Gott, der ist so am Campen, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was machen die mit dir? Die lachen nicht aus, Bruder. Darf er so? Was würd ich nicht mit mir machen lassen? Das ist ein Bot nicht verjagt aus seiner Stadt? Wenn er ist. Rein, 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 einfach rein. Oh, ich dachte, ich lass ihn noch um. Richtig, letzte Runde. Du feiert jetzt irgendeine Semi. Semi? Hab ihn weggemacht. Ich hab ihn weggezogen. Was ist das? Der hat so verlaufen. Was ist das hier hin? Fünfmal zu weit. Ich hab nichts. Oh mein Gott, ich tanze außer sehen. Es leid nicht. Komm her, du nix. Ich hab ihn weggezogen. Bra. Wie find's gestorben? Wie lange hab ich noch Zeit? Was für chill, Bruder, wie geht's? In deine Richtung. Was für chill. Ich hab eine Minute, genau. Eine Minute. Bitte komm schnell. Oh mein. Ich hab noch immer eine Minute. Bitte. Bitte. Cue einfach. Okay. Ich darf nicht mehr rein. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Ich darf nicht mehr rein. Das war meine letzte Runde. Und so sterbe ich bei meiner letzten Runde. Was hab ich mit ihm gemacht? Ich bin nach Falschtaden in meiner letzten Runde gestorben. Ist das unlucky. Oder ist das unlucky? Wie verliere ich das, Mann? Okay. Okay, Bruder. Okay. Alle rennen gegen deine Wände heute. Was denn los? Ah, du hast eh schon gewonnen. Du kannst alles von mir aus haben. Alle müdlichen Waffen. Du hast eh gewonnen. Er ist so weg. Bruder, er rennt ja so um sein Leben vor. Was hast du gemacht mit den Gegnern, dass sie so Angst haben? Bruder, unser Ping ist wirklich schlecht, Digga. Ja, bitte. Schusschnecke, wir gehst. Okay, Freunde. Das war's im Video. Niki hat mit 10 Kills gewonnen. Bruder, am Ende nochmal 10. Platz. Wenn ihr mehr von diesen Solo-Challenges sehen wollt, lasst ein Like. Da bitte doch gerne den Kanal. Vergiss den Greater Godzilla logo nicht. Ganz, ganz wichtig. Tausend Übers gehen raus. Dann immer eine Person, die den Greater Godzilla reingibt. Checkt gerne den Linkes Kanal ab. Jeden dritten Tag ein Video. Genauso geile Videos wie auf meinem Kanal. Ich will ganz viel Lava haben. Bis zum nächsten Video. 3 und Peace. Ich bin viel früher als der Typ. Ich drücke durch. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Man Bruder, warum krieg ich nie etwas? Nie. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Ich hab deine Mutter am Arsch gefi- Gib mir die Waffe. Nein. 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 Nein.